Arschloch, ey. Mal gucken, wie weit du... Mal gucken, ob du Lorenkai schaffst. Hm? Na? Ja, Centos. Da musst du jetzt die Runde ran. Jetzt kommen mal böse Mitfahrer, ne? Ja, ist klar, Centos. Was denn? Du bist extra runtergefallen, ne? Ich bin zu früh gesprungen. Ja. Ich gönne dir das nachher, dass du die Tricks ausnutzt. Bin zu früh gesprungen, ehrlich. Oder... Ganz ehrlich, ich hasse das, warum? Was machst du da? Was machst du da, Fläscher? Was machst du da? Ah. Was machst du da? Geht deine Konzentration flöten? Die geht grad... Die geht grad super mega flöten. Tunnel. Ah. Wir sind schon so ein bisschen geklappt, ne? Sicherlich, das bist du... Sieben Stunden oder so insgesamt? Jawoll! Ha? Sieben Stunden oder so? Was durchspielen? Sechs Stunden haben wir jetzt schon. Wie, ha? Mit den ganzen Einstellungen und alle. Ja, ja, ist schon schon verballert. Jawoll, das Zaubeenthal. Ich hab schon mal gesaved einmal. Leckomio. Ach ja. Jetzt kommt, jetzt kommen die Scheißlevel, die ich alle hasse. Du musst ganz nah, du musst ganz nah dran gehen. Darfst du nicht ins Fass reinspringen. Fuck. Wolltest du auch machen, ne? Wolltest du mit Anlauf machen, ne? Schaffst du nicht mit Anlauf. Er zieht dich irgendwie magisch ins Fass rein. Ich hasse das Level trotzdem. Du weißt, Gegenthaler gibt's auch, ne? Ja, ich weiß. Ich hasse das Level auch. Das war ja... Das, wo ich so lange dran hing. Ja, dann stützt du ab. Dann musst du das Level wieder spielen. Wolltest du immer wieder das Level neu geladen haben. Taubenthal. Hier ist das, glaube ich. Bis ich das endlich geschafft habe. Gaia-Feier. Ja, und ab hier weiß ich kein... Kein Ding mehr. Nö. Nö. das hört sich auch nicht schlechter donkey kong leader sind eigentlich eine geilste mit ich glaube du brauchst du kann ich meine lize zu die lieder also nicht aber genau weiß ich das auch nicht jetzt nach google hälfte bestimmte weiter nur die kleinen fischer die nerven oh ja das wird richtig lustig noch das auch offen geil mann self hier einsetzen du bist so weit gegangen das war leider so weit gelaufen noch man schaust du jetzt denn das kaum einen durchzug hier sobald das erreicht hast dann irgendwie springt auch nach bei mir im bild das war zu früh jemand das loben da will jemand loben crash überspringen also ich das noch wusste weil ich aus versehen darüber gesprungen bei dem beim single ja ja wirklich das findet man beiden spielen findet man das meiste selbst hinaus aus man ich hasse das ja du bist behindert das wissen wir nach ja oder nein ernsthaft oder verlieren auch scheiße was ist das denn jetzt hier vorbei vorbei kommt schade ich hatte auch angst dass ich vorbei fliege gerade also das für kokosnuss werfer ganz ehrlich die lehmer wir noch man das wird nicht eins ich hoffe sollte sie versuchen das level durchzuspielen ich schaffe das aber nicht und wieder springe ich zu früh oder viel zu spät das ist ja das problem einfach zu blöd für so ein spiel jetzt kommt irgendwann der safe punkt gekriegt da musst du ziemlich spät auf springen was ich sowieso nicht kapiere wenn eine logo hoch fährt ausklingt ein fetter affe versucht diese logo hoch zu springen normalerweise musst du wieder runter wollen nein das war ein kinderbeben das ist mein schutzschild jetzt ja ich mach's ihm dann mal runter im wunder dass er dann angeflogen kommt ne und sonst nicht runterfährt wieder sonst zieht er dich ja eiskalt mit ja wenn er bock hat ein ooooh hey wo ist das karge blieben keine ahnung hast du noch nicht eingesammelt gehabt oh war das knapp oh ich habe kein schiff gedrückt jetzt haben sie den ersten einen affen in der geguckt wieder stirbt ja alter bei dem level ne da krieg ich ja schon das das ist so mies oh ich habe donkey 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 habe ich gesagt du nimmst ihn jetzt auch donkey du bist ein arsch ich mache nix und ich sage ich mache nix unten überlegt das ne da kommt so ein scheiß raus hallo 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 jetzt aber komm ach das ist nicht ach ja willy warte mal willy kennst du ach man ey willy was geht ab machen wir lieber das level fertig Lorenquash f*** dich centos gewöhn nicht dran du schaffst es nicht mann schaff ich auch nicht ich katz bei sowas ab ne du musst du darfst nicht nach vorne gehen du musst einfach nach hinten drücken sofort den knüppel ach klar aber nicht doch ey meinst du wie ich das sonst gemacht hab ich hab grad gedrückt und er ist nicht gesprungen da liegt seine reaktion vom controller oder zum spieler hin wein wir nicht es liegt eindeutig nicht am controller es liegt am spieler was geht denn hier oder muss vielleicht die sensibilität mal anders einstellen kannst du bestimmt glaube ich machen oder so wap 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 so weiter gehts wie glaubst du dass du schaffst sicherlich nicht mir dieser pessimismus von dir ja guck mal das ist nur zum vorüben hier dieses hier ne ja das werden immer später ich weiß aber ich würd mal sagen ähm nachdem ich gleich drin war wollen wir dann erstmal eine Aufnahmepause machen sicherlich können wir machen klar weil ich werd grad so ein bisschen müde oh du bist ein Aper Junge nimm erstmal das Fass weg genau ich mach's weg ich mach's weg ich mach's weg ich mach's weg du weißt jetzt kommt ein Gegenfahrer ne ja ja jetzt geschafft cheater also zu mir cheaten sagen ne aber dann die cheats vom cheater noch annehmen so also ich jetzt saven am Ende ja ok ich mach's safe hab gesaved dann wollen wir sagen bis zum nächsten mal bei Donkey Kong Country 1 tschau tschau tschuuuus